Durch meine Affinität zur Technik war eigentlich schnell klar, dass es irgendwann in die technische Richtung gehen soll. Vor dem Studium hatte ich bereits eine Ausbildung als Mechatroniker absolviert und da hatte ich dann festgestellt, dass mir das Fach an die Mechatronik sehr gut liegt und ich da ein tiefergehendes Interesse habe und deshalb war schnell klar, dass ich da mehr wissen will, als nur das, was ich jetzt im Rahmen der Ausbildung kennengelernt hatte. Mechatronik ist ein sehr interessanter Studiengang, da man sehr viele Möglichkeiten hat, in die verschiedensten Richtungen zu gehen nach dem Studium, da man im Studium sowohl Maschinenbau als auch Elektrotechnik und Informatik, da sind die Möglichkeiten wirklich sehr groß und wahrscheinlich sind die Möglichkeiten in kaum einem anderen Ingenieurstudiengang vielseitiger. Ich habe im Bachelor als Hiwi gearbeitet in einem Fachgebiet und das hat mir ganz gut gefallen und auch im Rahmen des Studiums haben wir immer wieder Projekte, wo wir dann doch direkt in einem Fachgebiet eingebunden sind und dann dort eine wissenschaftliche Arbeit schreiben und diese Art von Arbeit gefällt mir doch ganz gut, wo man einfach die Möglichkeit hat, dann auch mal ein paar Bücher zu wälzen und mal tiefer in die Materie reinzugehen und nicht nur zu streifen. Der größte Pluspunkt von der TU Ilmenau ist, dass der Campus sehr familiär ist. Dadurch, dass die Studentenzahl nicht so groß ist verglichen mit anderen technischen Universitäten kennt man sich einfach. Die Wege zu den Universitätsmitarbeitern sind sehr kurz, auch zu den Professoren. Man kann problemlos nach den Vorlesungen dem Professor oder der Professorin noch eine Frage stellen und das macht das Studium in Ilmenau sehr attraktiv. Im Speziellen dann durch die internationale Ausrichtung in vielen Studiengängen, ganz speziell in der Mechatronik, wo es auch Kooperationen mit einer französischen Universität gibt. Das war dann für mich letztendlich Aufschlaggebend für Ilmenau. Eigentlich findet das Studentenleben ziemlich stark auf dem Campus statt, wo es auch viele Vereine und Clubs und Freizeitaktivitäten und Sportangebote gibt. Das findet alles auf dem Campus dann statt und das macht es sehr interessant, in Ilmenau zu studieren. Ich persönlich nutze das Sportangebot beispielsweise. Ich bin dort im Turnverein und trainiere dort mit seit dem ersten Semester und fühle mich sehr wohl dort und auch gut aufgehoben. Die Stadt Ilmenau ist ein schönes Fleckchen am Rande des Thüringer Waldes und mit einer schönen historischen Altstadt. Da kann man dann im Sommer auch mal schön Eis essen mit Freunden und sobald man sich aus Ilmenau raus bewegt, findet man sich direkt im Grünen wieder. Der Thüringer Wald liegt direkt vor der Haustür mit einigen Bergen und die bieten sich natürlich auch für Freizeitaktivitäten an. Wer gerne wandert oder Mountainbike fährt, der trifft es in Ilmenau ziemlich gut.